Heute gebe ich dir drei Tipps, wie du effektiver mit Logic's Drummer arbeiten kannst. Geht los! Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal lernst du Musikproduktion in Logic Pro. Logic's interner Session Drummer wird heiß geliebt von Logic-Usern seit seiner Einführung und es ist auch wirklich ein cooles Konzept. Du kannst mit ihm schnell Drumgrooves und Beats erstellen ohne Notenkenntnisse, sehr intuitiv, sehr einfach zu bedienen und er kann sogar deiner Performance folgen. Deswegen ein richtig cooles Konzept, seit er da ist. Und in meinem Logic-Mitgliederbereich drehe ich gerade ein intensives Intensiv-Tutorial über eben diesen Logic's Drummer und die drei Fragen, die mir am öftesten gestellt worden sind, die möchte ich jetzt hier in diesem Logic-Tutorial mit beantworten. Die erste Frage ist, kann ich den Drummer wechseln, aber das Drumset behalten? Das wissen offensichtlich viele nicht und deswegen möchte ich dir das jetzt hier mal als erstes zeigen. Wir öffnen dazu einfach mal den Drummer, das kannst du hier oben machen und erzeugen somit eine neue Drummer-Spur. Nach einer kurzen Weile erscheint auch schon das So-Called-Set mit Kyle. Alle lieben Kyle und jeder Logic-User kennt bestimmt auch diesen Groove. Okay, das ist der erste berühmte Drumgroove von Kyle vom Drummer, den du immer hörst, wenn du Logic's Drummer lädst. Jetzt ist es so, es gibt natürlich auch andere Drummer bei Logic oder in Logic's Drummer und jetzt hat mich einer gefragt, wie ist das, oder mehrere, wie ist das, wenn ich den Drummer wechseln möchte, aber mir gefällt dieses So-Cal oder So-Cal Drumkit und ich möchte das Drumkit nicht wechseln, aber ich möchte den Drummer wechseln, um andere Grooves zu bekommen. Und das geht wirklich sehr einfach und zwar hier oben über Einstellungen und dann Drumkits beim Ändern von Drummern beibehalten. Das ist dein Freund hier, Drumkits beim Ändern von Drummern beibehalten. Das aktiviere ich jetzt, wir prüfen nochmal, ob das Häkchen gesetzt ist, genau. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel in R'n'B reingehe und wir nehmen jetzt Rose, dann behält er das Drumkit, das So-Cal Drumkit, aber wir können Grooves von Rose abspielen, zum Beispiel den hier. Okay. Das war also die erste Frage und das ist das Einzige, was du hier ankreuzen musst, das Kreuzchen machen bei Drumkits beim Ändern von Drummern beibehalten. Das heißt, du kannst den Drummer ändern, aber das Drumkit bleibt das Gleiche. Die zweite Frage, die ich oft bekommen habe, ist, kann ich Logics Drummer Grooves, also die Grooves, die hier gespielt werden, kann ich die auch mit anderen Samples oder anderen Instrumenten abspielen? Ja, das kannst du auch. Dazu musst du zunächst mal Folgendes wissen. Und zwar ist das, was sich hier drunter verbirgt, das hier, das sind nur Fake-Audio-Waves hier. Das sind keine richtigen Audio-Waves. In Wahrheit sind das nämlich MIDI-Events. Wenn du hier Rechtsklick drauf machst oder Control-Klick drauf machst, dann kannst du das in eine MIDI-Region konvertieren und schwupps, schon hast du eine MIDI-Region hier, in die du eingreifen kannst. Hier unten hat sich schon der Piano-Roll-Editor geöffnet und ich kann jetzt hier ganz schnell eingreifen und kann hier einen ganz anderen Groove draus bauen, wenn ich ein bisschen versiert bin. Das geht innerhalb kürzester Zeit. Nehmen wir hier die erste Notnimmer, können wir die jetzt zum Beispiel hier vorziehen und dann können wir hier die nach hinten ziehen und dann hast du einen anderen Groove. Und so weiter. Mit diesem Wissen, dass das eine MIDI-Region ist, können wir natürlich noch ganz andere Sachen machen. Und zwar kannst du den MIDI-Drummer jetzt natürlich auch auf andere Plug-Ins laufen lassen. Das heißt, ich möchte jetzt zum Beispiel diesen Groove hier haben, aber ich möchte jetzt nicht das Drum-Kit vom Drummer selber, sondern ich möchte ein anderes. Ich möchte zum Beispiel jetzt ein Drum-Kit von Addictive-Drums und auch das ist möglich. Wir laden mal kurz Addictive-Drums rein. Ich suche mir hier mal ein lustiges, vielleicht ein elektronisches Drum-Kit raus. Tape DMX-Wet, wie klingt das? Ja, schön künstlich. Und jetzt kann ich natürlich diese MIDI-Region hier einfach runterziehen und dann spielt mir Addictive-Drums diesen Groove, der eigentlich aus Logic's Drummer stammt. Damit eröffnest du dir natürlich viele weitere Möglichkeiten. Es ist auch möglich mit Logic's internen Beats zum Beispiel. Wir haben jetzt hier ein Beat und diesen Beat kann ich jetzt hier reinziehen. Du weißt, seit Logic 10.5 können wir sogar Instrumente draus machen. Und zwar möchte ich jetzt, dass er mir ein Drum-Machine-Designer-Instrument daraus anlegt. Das macht er mir jetzt kurz. Und da ist es schon, genau. Und auch hier kann ich jetzt wieder diese Spuren hier nach unten ziehen. Könnte ich jetzt auch, wenn es noch diese Fake-Audio-Spuren wären. Und auch hier kann ich diesen Trip-Hop-Beat jetzt abspielen lassen, also dieses intern erstellte Instrument und kann es auch verändern. Und du kannst natürlich jetzt auch hier MIDI-Noten verschieben und so weiter. Also damit eröffnet sich natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten nochmal mit Logic's Drummer. Das heißt, du musst natürlich nicht nur die internen Drum-Sounds von Logic's Drummer benutzen, sondern du kannst sehr schnell eine MIDI-Region draus machen und die auf jedes beliebige andere Sample bauen, auf Logic's interne Loops bauen oder auf Plug-Ins von Drittanbietern wie Addictive Drums, Easy Drummer, Superior Drummer. Also auch diese Software von Drittanbietern wird die Grooves von Logic's Drummer abspielen. Vielleicht musst du noch ein bisschen mit Mapping darauf achten. Das stimmt dann nicht immer so unbedingt. Das heißt, es kann ja sein, dass du hier ein Instrument verschieben musst oder so, aber in der Regel geht das recht zügig. Und damit kommen wir zur dritten Frage. Und das war, wie kann ich ein Multi-Track-Instrument mit Logic's Drummer erstellen? Das ist auch relativ einfach und zwar machst du das über die sogenannten Producer-Kids. Ich habe, lass mal hier unser geliebtes SoCal-Kit und hier spielt Rose, da steht der Drummer nebendran, sie ist jetzt. Und was du jetzt machen kannst, ist in Producer-Kids gehen. Das ist hier ganz unten in der Library. Jetzt siehst du hier Producer-Kids. Ich könnte jetzt hier eins auswählen und du siehst hier immer dieses Plus dahinter. Ich möchte aber dieses SoCal-Kit behalten und drücke jetzt auf dieses hier, auf dieses Plus. Und jetzt siehst du, dass er mir ein Multi-Track-Instrument angelegt hat, das ich im Mixer auch sehen kann. Jetzt müssen wir hier nur noch einen Drum-Groove reinladen, sonst funktioniert das Ganze nicht. Jetzt siehst du also, dass ich hier ein Multi-Track-Kit angelegt habe und das ist auch im Mixer direkt schon so angelegt. Wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Overheads hören möchte, kann ich das machen. Ich kann nur die Kick-Solo anhören. Und du kannst natürlich auch jetzt Effekte hier auf die, nehmen wir mal die Snare-Drum. Ich kann jetzt hier einen anderen Kompressor drauflegen, wenn ich möchte, auf die Snare-Drum zum Beispiel. Okay, das ist jetzt ein Rim-Click, gut. Ich kann hier mit anderen Kompressoren arbeiten. Ich kann hier einen Hall drauflegen, wenn ich möchte. Und du kannst dann mit deinen eigenen Effekten einfach arbeiten. Und so hast du dir ruckzuck ein Producer-Kit angelegt, beziehungsweise ein Kit, das du hier mit Multi-Tracks bearbeiten kannst und das du auch mit deinen eigenen Effekten bearbeiten kannst. Also über die Producer-Kits, ich gehe hier nochmal rein. Das alles sind diese Producer-Kits, das sind alle Multi-Track-Drums, die du dann hier einzeln nachbearbeiten kannst und mit eigenen Effekten versehen kannst. Du siehst also, das geht ruckzuck und das geht richtig schnell. Apropos richtig schnell. Wenn du schneller, zügiger und effizienter in Logic arbeiten möchtest, dann empfehle ich dir unbedingt meine Logic-Workflow-Checkliste. Die habe ich dir unten im ersten Kommentar angepinnt. Da gebe ich dir nochmal 10 Tipps, wie du schneller und effektiver in Logic arbeiten kannst. Hast du vielleicht noch ein paar coole Tricks mit Logic's Drummer-Auflage, die ich noch nicht kenne, dann schreib die mir mal bitte unten in die Kommentare. Ansonsten, wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen oder über neuen Abonnenten. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann!